Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Shard! Ich entscheide mich, ich habe keine Ahnung, ich habe nämlich noch nicht überlegt, ich habe sofort weitergemacht. Okay, ähm... Mehr Leben, mehr Schaden, mehr Energie. Ich brauche mal eine Einheit von euch. Deine Krieger werden angegriffen. Ja, die trauen sich jetzt auch noch mal was. So... So... Ich will weg und wechseln. So... 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 Ernsthaft? Okay. So kann man es auch die ganze Zeit machen. Bauer auf dem Operieren. Oder neu bauen. Ja, was soll ich denn machen? Nächster, nächster, nächster. Ja, bauen wir neu. Ich habe keine Wahl. Okay, ich glaube, das soll ich verbrauchen. Ja. Deine Basis wird angegriffen. Ja. Was soll ich denn sonst machen? Scheiße, ja. Wir haben keine Splitter mehr. Deine Basis wird angegriffen. Deine Krieger werden angegriffen. Wat für Krieger, wo sind wir? Deine Basis wird angegriffen. Wat für Krieger, wo sind wir? Okay. Okay. Deine Basis wird angegriffen. Ja, super. Und wo soll jetzt mein Krieger sein? Ach da. Du darfst dich aufzuschließen. Ja, du darfst dich aufzuschließen. Ach so, der andere ist tot. Jawoll, jetzt darf ich mir zugucken, wie ich mal wieder faile. Deine Krieger werden angegriffen. Ach so, und die Ränder zurück. Und noch mehr. Ja. Mal gucken. Sehr weit werde ich nicht kommen. Ja. Deine Basis wird angegriffen. Meine Krieger sind tot. Nicht ganz. Yay. Vier Minuten im Spiel. Mal wieder. Hm. So. Ja. So. Okay. Wow. Ich bin noch nicht ganz tot. Das ist wie Verarsche. Wow. Ich bin noch nicht ganz tot. Also ich bin noch nicht ganz tot. Scheiß Äh Noch so ein Angriff und ich überlebe das nicht Ich werde das wahrscheinlich sowas mal nicht überleben Ich werde das sicher sowas mal nicht überleben Ich werde das sicher sowas mal nicht überleben Wieso bekomme ich hier keine Mauer? Wieso bekomme ich hier keine Mauer? Wieso bekomme ich hier keine Mauer? Brauche ich eine Mauer auf eine neue Mauer setzen Ah, Gebäude zerstören, na klar Ich muss mir ein paar Narben verdienen Was soll ich jetzt mein Gebäude hier zerstören? Bin ich blöd oder so? Scheiße Ja, ich weiß Ich glaube ich brauche jetzt mal ein paar Krieger Ein paar starke Krieger Die hätte ich ja auch noch für ein Jahr Scheiße Ach du Kack Kann ich da nicht eine neue Mauer machen? Ja Leute Ich habe keine Ahnung warum Aber bei mir ist auf einmal einfach mal die Aufnahme weg gewesen Yay Verraten sie sich ja wirklich Super drüber So ein Scheiße Äh Noch mehr Echsen Fickt euch Einser Fickt euch einfach Widerstand Ein Waffen So Ja, ich warte bis meine Einheiten hier auch wieder schon weiter gebaut zu werden Ja, ich habe noch drei Paladine die kommen Mein Schwerd dient dem Orden Ah, Mann Wieso kann man das alles nicht einfach mit Dings bauen, mit Gold Gold habe ich mehr als genug Gold habe ich wirklich mehr als genug Nein Man braucht ja immer wieder die Drachensplitter Oh, Mann Ich habe gerade irgend vergessen, dass ich auf Normal spiele Wusste ich gar nicht mehr Ein Schwerd dient dem Orden Ich folge euch Ja, folge mir Ach, Mann So ein Scheiß Ich bin bereit loszureiten Ich bin bereit loszureiten Dann Jetzt habe ich schon wieder keine Drache später mehr Und das ist , Scheiß Äh Wie lautet der Schlachtplan Du bereust es im besten doch müssen liability So, du läufst mit da runter, da, fast schon, so, euch mach ich zu 1, dann, das da hebt du jetzt auch, du laufst im Trank, perfekt, jetzt laufst du wieder hoch, mit bloßes Kopf werde ich auch nicht beantworten, wurscht, so, mein Held ist tot, mein Lager ist fast bereit, loszureiten, perfekte Bedingungen, yes, boah, ich will dich da schon mal reinsetzen, ach, jawohl, noch mehr Drachensplitter, perfekt, wie lange hält das, das ist unten wieder in der Aufnahmszeit, aber ansonsten hätte es dauerhaft, oder was, egal, wird schon irgendwie lange dauern, egal ob er schwindet, deswegen, Hauptsache ist, wir haben wieder Drachensplitter, dann ist mir das eigentlich relativ egal, da ist nochmal welches, da hinten ist ein fetter Batzen gelandet, weil ich muss meine Mauer reparieren. Moment der Energie, nochmal ein Paladin, nochmal so ein Ding, nochmal dich nochmal, nicht mehr lange, oh ne, ey, ernsthaft, halt's Maul, ich soll kämpfen, was ist denn das für eine Armee bei denen jedes Mal? Was ist denn das für eine Armee bei denen? Was ist denn das für eine Armee bei denen? Oh, ist jetzt schlecht, weis ich keine Armee hab, was ist denn das für eine Armee ab? Ja, jetzt haben wir hier. Da hinten, man! Nein! Nein! Fickt euch! Ja, das ist jetzt scheiße. Wir haben keine Strider mehr. Meine Streitkräfte wurden vernichtet und geschlagen. Mal wieder. Okay. Gut. Ja, ich hab verkackt. Naja. Vielleicht nehme ich ja dann statt Anator dann den Bastion. Weil ich glaub, der wär hier mehr geeignet. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Wir sehen uns aber auf jeden Fall beim nächsten Mal, weil dann beende ich hier die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen.